ich habe euch wieder zehn outfits aufgenommen aus hauptsächlich second hand klamotten und habe ein projekt 333 gemacht das sind noch ein paar outfits mit dabei und ich würde einfach sagen wir legen los nach dem intro hallo ich bin coco vom kanal die kleine coco hat ein entzündetes auge das wird man leider auch auf der aufnahme sehen ich habe da salbe gewollt dass es hier so rum funkelt ist aber schon am abheilen also ist ein bisschen eklig weil ich jetzt auch kein heuschnupfen habe aber alles gut ist am abheilen wieder aber muss hat so eine salbe dran machen die nicht ganz so hübsch aussieht und das sieht man ich hatte jetzt das projekt 333 bis ende mai gemacht ende mai start auch das ja das outfit video es hat doch tatsächlich ein bisschen länger gedauert ich war schon froh dass das projekt 333 dann ende april beendet war muss ich wirklich sagen es war ja schon ende april fertig doch ab ab mai was rum und da war ich schon froh dass ich da halt echt fertig war und wieder ein bisschen mehr kollektion hatte an klamotten und wieder spaß an meinen eigenen klamotten hat ihm einfach auch wieder mal die erfahrung zu haben man braucht nicht viel aber ich bin doch jemand der gerne ein bisschen abwechslung bei seinen outfits habt und mich hat trotzdem ein bisschen dazu verleitet auch mal klamotten mit anderen zu kombinieren weil ich doch jemand bin mit festgefahrenen outfits und es war ganz interessant und einfach sagen wir jetzt mal los mit outfit nummer eins nochmal dazu gesagt dieses format soll euch dazu inspirieren wir brauchen nicht ständig nagelneue klamotten der textilienwerk auf der erde wächst und wächst und wächst und wächst und das ist ein riesengroßes problem wenn heute in t shirt bei h&m fünf euro kostet werden da massen an t shirts weggeschmissen als überproduktion ist wenn wir einfach viel zu viel klamotten im lauf haben und da haben wir auch das problem gebraucht nicht ständig neue ich zahl im bruchteil für die klamotten die second hand kaufe sie sind zum teil nagelneu und man kann sich durchweg super gut mit second hand klamotten kleiden jetzt aber los geht's mit outfit nummer eins und da habe ich mein gestreifte schwarz weißes shirt an von dem werde ich mich glaube ich jetzt demnächst trennen oder ich ziehe es in der nacht an oder zum sport ist es allerdings die faser das so eine kunststofffaser und weil das glänzt so und das ist schon relativ ausgeleitet und ich merke einfach das t shirt an sich durch das das ist halt einfach die form verloren hat macht mir nicht mehr so viel spaß ich weiß noch nicht was ich damit anfangen soll mal gucken vielleicht kann ich es abzeichen oder so mal gucken dazu trage ich meine grüne stoffhose die habe ich heute auch wieder an dass die es für mich essentiell weil ja ich trage kompressionsstrümpfe und mit jeans bei der hitze über den strümpfen drüber geht nicht weil ich trage kann keine kurzen klamotten tragen wegen den strümpfen und dann noch am jeans drüber das geht gar nicht dazu trage ich meine schwarzen jacks also die athletics die habe ich einmal reparieren lassen und das nämlich auch ein wichtiger punkt die athletics sind nachhaltig aber ich habe trotzdem so mit dem gedanken gespielt die sind abgelaufen kaufe ich mir neue ich habe dann doch gesagt ich lasse die reparieren weil die sind super eingelaufen die schuhe die sehen oben ganz gut aus und deshalb muss ich sehe die sohle abgelaufen warum sollte ich sie erneuern im outfit nummer zwei trage ich mein grünes t shirt das ist mein erstes nachhaltiges t shirt gewesen was ich mir gekauft habe ist leider jetzt schon so ein bisschen ausgereiht das ist größe eng und ich trage als größe elmer ist fast mehr wie angegossen aber es ist halt schon ausgeleiherten aber das lehrt so komplett aus das kenne ich gar nicht mehr also wenn du kannst schon so ein bisschen durch das t-shirt durchgucken also lange lebt es nicht mehr ist aber eine reine baumwollfaser das hat man meistens bei nachhaltigen klamotten dazu trage ich meine navi jeans da ich in letzter zeit ein bisschen mehr getragen meine pumas meine weißen ich habe die grünen weggetan damals weil die sohle hat kaputt war und dazu trage ich meinen grünen mantel an dem tag war es nicht so gutes wetter im outfit nur drei trage ich dieses t shirt hier und es passt nicht so hohen und brot zu meinen auton ich weiß dass aber ich habe das auch wieder gebraucht geschossen und als ich das gesehen habe ich wollte schon immer so ein t shirt haben und die waren mir halt immer zu teuer also entweder haben sie mir nicht gepasst gebraucht oder sie waren zu teuer und es war relativ günstig glaube ich mit 10 euro oder so also man zahlt da schon ein bisschen mehr weil es halt diese oldschool marke von adidas ist und ja es passt halt nicht so hundertprozentig zu meinem hautton ich will mir noch eins holen was das besser passt und wieder rot das habe ich gesehen hier blau habe ich glaube auszug sehen so aber kaki habe ich auszug sehen vielleicht hole ich mir so ein kaki fahren das mal gucken bei dem outfit trage ich die blaue stoffhose die ist so jogginghose stoffhose so eine kreuzung du kannst die oben kannst du die zusammenwenden und stoffhosen hat schon gesagt sind für mich bei der wärme hat einfach essentiell und ich ertrage das halt auch nicht mit jeans zu bei der man noch zusätzlich zu tragen das geht nicht kompressionsstrumpf und jeans no way und da dazu trage ich meine runden chucks die habe ich jetzt schon super lange und die machen einfach keine anstalten kaputt zu gehen das plastik hat sich sogar schon verfärbt so lange habe ich die schon mit dem spitzen oberteil habe ich so gemischt das gefühl man gefällt mir gefällt mir nicht ich weiß nicht so zweck tun würde das müll das würde niemand mehr kaufen das ist schon so alt es fällt auch nicht jedem mal gefällt mir mal gefällt mir nicht gefällt halt ganz gut und dadurch dass das hier doch so ein kleines bäuchchen habe kaschiert auch gut deswegen habe ich das oberteil hat immer noch aber fakt ist das ist halt eine reine kunstfaser da ist nix natürliches mehr drin deswegen glänzt auch so stark du trägst einmal dann ist es verschwitzt es gibt mikroplastik ans wasser ab also das würde ich mir so nicht mehr wohl also absolut nicht mehr es ist halt ein ehemaliges h&m t-shirt oberteil ist kein t-shirt und da trage ich meistens immer ein basic t-shirt runter das ist jetzt wieder was nachhaltigste achte ich dann schon so weil die mäßig teilen die ich inzwischen habe dass die halt eben aus nachhaltiger herstellung sind die kriegt man ja inzwischen für kleineres geld auch wenn das count dann kriegt man die gekauft ist da achte ich dann schon das da hat wirklich ein label drauf ist und dazu trage ich mal schießt da rosen da habe ich verkackt beim kürzer machen da habe ich halt richtig viel abschneiden müssen und dachte mir so wenn ich immer die original naht dran macht ja ich könnte wieder ran machen und ich ziehe halt wissen weil es nicht mehr so richtig gepasst hat und dann hat es so geschlagen und das klappt sich hat dann deswegen auch immer so ein bisschen nach außen und kann keine hohen schulen zu anziehen passt schon ist in ordnung und dazu trage ich meine athletics wieder also die schwarzen jacks hier erst reparieren lassen da bin ich echt gott froh dass ich das gemacht hat die thema gekostet oder so der schuh ist wieder fast wie neu wer mich schon länger kennt weiß dass ich diese art von t-shirt einfach die marke gerade nicht mehr ein die drucken band t-shirts aber umgekehrt auf die schütze markenzeichen von leben und ich habe die früheren blondie t-shirt und ich habe ein baby boy t-shirt und dann habe ich ja zugenommen also ich habe früher kurze es getragen in meiner es gestörten zeit ich habe den enden gehabt genau dann durch das dass die eh schon enger sind passt das hat sehr schnell nicht mehr und das ist ja auch relativ eng das weiß ich aber nichtsdestotrotz wollte ich trotzdem so ein t-shirt haben und das trage ich jetzt zu der g star hohe sehr es ist so eine homage an die zwei t-shirts die ich einfach hergeben musste weil sie nicht mehr gepasst haben das was ich da hatte mit diesem blauen blitz gibt so ein ganz berühmtes bild von david boy das habe ich schon gelebt das habe ich wirklich krass gelebt und ich konnte nicht mehr anziehen wie gesagt so eine homage dran als ich das gebraucht gesehen habe ich gar nicht lange nachgedacht musste aber die sind ein bisschen enger die shirts da muss man aufpassen und dazu trage ich die roten chucks nächstes outfit ich muss immer ein bisschen gucken weil es dann doch schon ein bisschen her ist graus langes china trikot t-shirt das liebe ich eher ein oberteil aber das kann ich auch nur einmal anziehen nicht weiß dann hinterher stinkt sondern das ist ein stoff da siehst du jeden fleck mit und ich lerne nie daraus wenn ich das an habe dass wenn ich dann koche bitte eine schurze anziehen weil jeder kleine fettfleck und das passiert hat beim kochen sieht man auf diesem shirt besser auseinander dass das blutet so aus jeder fleck und was ich da schon an dem t-shirt rumgemacht das muss ich schon zwei dreimal hintereinander waschen weil dann die flecken nicht richtig rausgehen aber ich mag das t-shirt ich habe mir das damals noch bei china trikot gekauft und ich war ein großer china trikot fan die leute die müssen länger folgen wissen das deswegen habe ich das halt einfach auch behalten so lange wie es noch irgendwie einigermaßen lebendig ist so lange behalte das noch schwarze legends von tok tok habe ich da würde ich tatsächlich mal für eine zum beispiel von meli interessieren man guck mir die so von der qualität er ist im moment habe ich drei die reichen mir also ich will mir da jetzt nicht mehr schwarze schwarze jeans sagen schwarze legends holen wenn da eine davon hat wirklich jetzt komplett kaputt gehen würde würde ich mir mal eine andere dazu holen und dann vielleicht bei einer meli holen oder so oder amt ins als habe ich gesehen haben auch schwarze legends da einfach mal irgendwie bei einer anderen marke gucken würde mich einfach interessieren aber durch das dass das halt nachhaltig ist eben wie viel länger das ist echt heftig also solange ich die legends schon habe dass sie mir diese h&m längens rasen schnell kaputt gegangen sprach dazu trage ich meine vegetarian schuss sehe ich heute auch an und da habe ich mal wirklich ein bisschen mehr geld für sandalen ausgegeben ich habe ich 70 euro gekostet was für mich schon viel geld ist für ein schuh weil vorher habe ich immer sandalen gehabt die ich gebraucht gekauft die haben fünf bis zehn euro gekostet waren aber auch umso schneller kaputt muss man sagen und bei den schuhen bin ich echt froh dass ich sie geholt habe weil die sind super bequem würde ich immer wieder machen nächstes outfit mein chuba chubs t shirt habe ich auch mal gekauft was halt echt so witzig ist denn die farbe das ist wie bei dem prober t shirt hier auch von dem t shirt passt nicht zu meinem hautton das ist halt nur mal fakt aber ich wollte hat dieses juba chubs t shirt weil das hat einfach mega witzig ist ich habe das juba chubs früher auch wirklich gefördert könnte man nur sagen deswegen wollte ich dieses t shirt haben dazu trage ich meine cecile jeans zum heutigen zeitpunkt kann ich dir jetzt erstmal nicht mehr anziehen dieses zu dickes jeans da drehst du durch das sind halt einfach zu warm und dazu trage ich meine weißen pumas an dem tag wurde zwar ein bisschen kühler gewesen sein gebraucht gekauft auch nicht so bei h&m gekauft ist ein t shirt von h&m schon verraten aber das auf die schulter fällt ich mag die art von shirts echt gerne deswegen habe ich denn gar nicht nachgedacht immer wenn ich sowas sehe da ist mir die marke fast egal hol ich es mir weiß halt einfach die bb auch so ein polier der hat wirklich die ich halt über über alles liebe einfach und da habe ich mir halt keine gedanken gemacht bei dem h&m shirt aber es ist von der qualität her echt okay also manche sachen waren früher zumindest von h&m gut ich weiß nicht mehr wie die qualität heute ist kann ich nicht sagen dazu trage ich wieder dieses ziel jeans wie gesagt die kannst du jetzt zum heutigen standpunkt ist es einfach zu warm kannst du die nicht mehr anziehen und dazu meine grauen stoff schule die ich mal auf dem flomarkt für vier euro gekauft habe oder so aber die sind schon ziemlich kaputt jetzt und das wird so das nächste sein von dem ich mich trennen muss wenn ich schule wegschmeißen muss es für mich immer echt da brauche ich immer ein bisschen weil ich habe die schon geliebt aber ich würde mir jetzt einfach stoff schuhe holen die ein bisschen bessere qualität haben das ist unsere neuen stoff schuhe gewesen die aber auf die gleiche art und weise geschnitten sind weil das mochte ich schon wirklich gerne eine kombi die ich auch echt gerne mag ist dieses blaue top top t shirt das war eins meiner zweiten gebrauchten nämlich gebraucht man jetzt meiner zweiten top top shirts nie geht es doch halt das ich habe mir dieses eine blaue habe ich mir geholt in größe m und dann bin ich ja gegangen und festgestellt mir passt eben nicht mehr also muss l her und habe mir so ein kraus und so ein blaues geholt im doppelpack und das ist blaue davon genau und die basic t shirts von top top die kannst du halt ich super gut kaufen das von preise einfach recht super allerdings sitzen die auch ein bisschen enger muss man an der stelle sagen ich würde fast zu neigen als bei mir war schwierig weil ich bin klein und meine schultern sind nicht so breit xl passt mir meistens schon nicht mehr so richtig wenn also ein t shirt in geschnitten erst in l habe ich meistens pech bei xl passt mir dann meistens nicht so und ich sollte jetzt nicht so große klamotten tragen weil ich schon klein bin also macht meistens noch kleiner und dazu trage ich die braune stoffhose die ich mir bei top top mal die gönnt habe ein bisschen mehr geld und die liebe ich halt wirklich die passt von der länge her die ist einfach super angenehm dass es reine baumwolle aber meine baumwolle hat hat wirklich das problem das knittert wie sau wenn du die an hat und irgendwo liegen lässt weil es einen tag später irgendwie nicht passt so und dann musst du dir eigentlich schon fast wieder frisch auf bügeln das knittert so abartig und wenn du die auch im schrank hängen gehabt hast über den winter im sommer rausholen und anziehen geht auch nicht die musst du erst mal bügeln das geht nicht anders also das so der nachteil davon und blau und dieses grauen also dieses blaue t shirt und die braune hose es passt halt echt super und die farben von top top sind halt echt die halten das wird da wird nichts blaster und mehr so das wundert mich so klar es ist schon ein bisschen weniger geworden weil ich habe die sachen jetzt hat auch schon eine längere zeit die hose ist vom letzten jahr glaube ich glaube ich mir letztes jahr gegönnt und das t-shirt ist ein bisschen älter klar irgendwann wird es schon ein bisschen blasser aber es ist immer noch recht farbintensiv und auch dazu trage ich meine vegetarian shoes meine sondalen die ich halt wirklich haupt feiern die kaputt sind und ich mir auf jeden fall neue aber sie machen nicht den anscheinend so schnell kaputt zu gehen so und da ich dieses outfit hier gerade momentan so feiere weil es von den farben her passt natürlich so hundertprozentig zu mir ich trage wie man sieht heute mein puma t shirt die grüne stoffhose wo ich die marke immer nicht weiß muss das besseres gewesen sein aber die haptik von dem stoff dies hat schon so ein bisschen seltsam durch das das ist so seltsam auslösen sich dann ganz oft die nähte gerade im schritt schon x mal zu genäht das muss ich mal wirklich mit der nähmaschine rangehen wenn das nächste mal passiert jetzt macht immer von handen weil das schon ein paar mal aufgegangen also von dem her ja ich muss mal mit der nähmaschine rangehen aber die hose ich mag die echt gerne und die hat mich auch ein bisschen mehr gekostet weil die halt so ein bisschen wie so eine anzughose sitzt aber oben doch gummizug hat die ist super bequem muss man der stelle sagen die ist echt mega gut was das betrifft und auch hier trage ich meine lieblings schuhe im moment meine vegetarian shoes noch mal den hinweis man muss nicht immer alles neu kaufen und wir haben eine riesen textilien problem auf der erde und wenn wir uns hat regelmäßig von fast fashion bedienen aber stehen trend johle oder wie es heißt ist oder eben h&m und co die sind ja nicht besser nur dass hier noch einiges schlimmer ist lösen wir das problem nicht denn wenn jeder sagt ja habe ich kaufe ja nicht so viel aber ich kaufe trotzdem immer noch weiter ist immer noch umsatz da und wenn das 1000 macht machen oder 10.000 was es höchstwahrscheinlich wo es halt auf jeden fall der fall ist h&m gibt ja überall löst sich das problem einfach überhaupt nicht deswegen guckt euch euer konsumverhalten anguckt euch an wie ihr mit euren klamotten umgeht wo holt ihr eure klamotten her ist es vielleicht nicht besser kleinen lebens mal eine short zu geben und weniger klamotten zu haben damit kommt man einfach viel besser zurecht es ist tatsächlich so ich habe es ja ausprobiert ich bin jetzt noch im kaufstock bis ende august und habe aber so ein paar schmanker gesehen im second hand bereich und nicht kribbelt schon so ein bisschen in den fingern aber ich darf nicht na also ich habe noch nie so wenig gekauft wie in den letzten dreieinhalb monaten das ist wirklich krass in diesem sinne melde mich ab ich sag danke fürs einschalten gibt diesem video gerne einen daumen nach oben und ich freue mich immer über kommentare wir sehen uns das nächste mal mit diesem format erst nach meiner pause wieder ich sag danke fürs einschalten bis zum nächsten mal tschüss